Vorbereitung, ich muss jetzt warten. Okay, ich bin wieder da. Schon geht's weiter. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge, da sind die vier. Muss ich da jetzt nicht mit dem Ding vorne raus? Da muss ich hin. Ah, hier könnte man auch raus. Hm, kleiner Schlüssel? Oh, na, für jetzt. Herzlich willkommen zurück. Musst du kurz Pause machen. Da ist der Uhrton. Halte durch, Ashley. Ich nehme immer so eine Stunde auf, dann mache ich kurz Pause. Da ist die vorgendeine Passte und dann ist es okay. Ich habe keinen Bock, die Suche von neu aufzunehmen. Ich habe noch Platz für irgendwas. Ich habe noch einen politischen Spannung. Das ist gut. Ich habe noch einen, schensteren Streě. Ich habe noch einen roten Vorbereit. Das ist ein bisschen. Ich habe eine kleine Schenken. Wir sind jetzt hier. Ich habe mich. Also Heilung haben wir genügend Darum mangeln sie nicht Im Rest auch nicht Im Rest auch nicht Im Rest auch so schau Können sich fast die Brocken Butterflyer Oder die mal noch später Ob es ja so später noch einen Margot zu kaufen gibt Ja Gute Lager mir hier Da muss ich lang Der Kind nein Oh ja ich weiß was kommt Gut dass ich ihn passiv mal gezogen hatte Mr. Kennedy Sie sind überaus hartnäckig Mr. Kennedy Aber das hat jetzt ein Ende Werft den Eindringling raus Nope Tut sie nichts Oh wow Das ist 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 es ist Sparta Ah ja, Schätzlein. Ist der mal gut. Los, Pintos, Munizos. Hey! Warte, bin ich hier. Ich steh dich jetzt ab. Ich steck. Ich steh dich jetzt ab. Geht doch. Ich steh dich jetzt ab. Der Vertical ist miserable. Da oben ist Blackstate. Da geht's auch. Da geht's. Was ist das passiert? 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 Ich muss das passiert. Ich kann da nicht nichts passen. 2 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 10 11 4 5 5 5 5 5 5 5 7 11 6 8 11 KG komm gleich alles erst durchkommen was ich willkommen wofür kann ich dich begeistern Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Ich besten Dank. Ein hervorragender Deal. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Geh sorgfältig damit um, okay? Scheiße, verkaufen wir es. Besten Dank. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Noch Platz für irgendwas, das ist ja eine Frage. Ja, ja, ja. Wählen du noch was? Sollte reichen, die Heilung. Was du erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst willkommen. Nächstes Mal kaufst, willkommen. Beide auf, wo du jod. Gehört dir, Fremder. Werde das, komm ich. Elf Schuss haben wir für dir. Ah, die braucht die Munition, okay. Okay, 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 gecheckt. Die braucht die 762. Ähm, Fehler. Was ist so, was ist das? So, geht doch. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen, wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners, Ramon. Dashley! Leon! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade zuteilen. Amerikaner, oder? Oh nein, das war es noch nicht. Erlauben Sie mir Ihnen, die Macht zu zeigen, die mein Herrn hier gab. Die Macht Gottes. Es wird Zeit, für die Gnade nach. Besser hier ist Mist. Ramon, Sola. Ich bin mir im Drehbuch, nicht mehr als eine Nebenfigur. Merken Sie also nicht selbstgefällig. Sie wachten Ihren großen Auftritt. Lass mich auf deinen beschissenen Drehbuch raus. Oh, na dann zeigen Sie mir nicht, dein erstklassiges Drehbuch auszusehen. Machen Sie es mir vor. Komm, Morgens, Ola. Und wechselt mich so. Oh, Morgens, Ola. Talus oder Tod will Ihnen geliebt. Beide stehen Ihnen ausgezeichnet. Das ist Klaus. Die Vorstellung hat gerade erst begonnen. Verruf die Gucke. Wir alle diesen Stimm sind jetzt aufzusehen. Bitte helft mir. Festlicher. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich kann das noch krasse. Ich kann das noch krasse. Und jetzt ist das Labor. Komm, dann auch noch. Krauser. Wo wollen Sie mit dir hin? Was wollen Sie mit dir gehen? Also, ich bin wundet. Was ist das? 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 Das ist das Mittelende. Wir haben noch eine halbe Stunde. Weiter geht's. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das gleiche. Immer das gleiche. Okay. Wir haben uns schon zwölf Folgen aufgenommen. Wir haben noch mal in der Zwischenzeit die Folge überweitet. Wir haben noch mal in der Zwischenzeit. Wir haben noch mal in der Zwischenzeit. Wir haben noch mal in der Zwischenzeit. Kommen die Schlagfluss. Stirn, du merkst. Wir haben noch einfach am treffen. Gern die Schlagfluss. Ich komm auf die rechte Seite. Den Striker. Wir haben noch neuer. Okay. Ah, my compels are those. Hey, Gabriel, come on. Oh, Klasse, Wenn. Hey. Oh. Oh. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereiten. Könnte man sich holen, aber ist jetzt gut egal. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Hier, wie du es haben wolltest. Komm jederzeit wieder. Ja. So, passt. Ja. 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 Das ist ein Willi. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Oh, da kommt es da, ja. Ah! Ah! Langsam hab ich genug. Geh, das! Oh, yes! Das ist nicht so schlimm! Oh, come on. 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 Come on.